LOL Er hat Fastbow Sag doch der Hacks Digga wir sind gepickt Junge Fastbow alter in Bad Wars Fastbow in Bad Wars Junge wer war der mit Fastbow? Manu Ja da Ne wenn er springt kann er nicht machen Junge alter Der steht mit der Spitzhacke in der Hand ne Ja Ist schon skillig Na noch weg kommt er ja Happy Laydown Ne ich überlebe es nicht Scheint er hat ein Herz oder so Der andere auch Als ob Doch Und wir haben einfach beide Fastbow Alter was Oh nein die haben mich mal oben in der Hand Nein das ist der Unsheet Bug das du Mit äh Ja wow der hat auch Aber der macht Warnclick damit Das ist der Grunde wenn du schießt das mit mir aber so dickes wird Das ist der Grunde Das ist der Grunde Das ist der Grunde Alter What the fuck Guck wie das hat Ja jetzt kommt es Wow Safewalk Und Er fällt mit Safewalk und potzt sich wieder hoch Hast du sonst kein Aim oder wieso musst du so schießen Jo Ich bräuchte Hilfe Wie ein Fastbow Ja erster ist ein Koppel Erster Down Aber das Warte der zweite war Ne warte War das der Kassen War der eine oder Wieso so Der eine Radekasse dann Manu hast du schon getötet Den Anderen Haha Die Kacke alter Ein bisschen Ja hä die haben schon wieder einen neuen Bau So Irgendwo sowas bräuchte man beim CW Der Bauerspermer Oh mein Gott der fiesische Mauer Tschüss ich wärm kurz Meister Weitere Jawohl Er steht drei Pfeil auf meinem Pass Jo Jetzt wird auch CRAMP Jing Das Ist ja ein Convention On-Line I started Aim board Alter Alter! Jetzt machen wir wieder nach hinten spam. Alter! WTF, der hat keinen Fall getroffen. Digga, der kommt jetzt. Ja, das nennt man Bow spam. Nein, der in der Base, die haben nur Bowes. Digga, das ist gleich mit auf nem neuen Level. Ja, das ist gleich mit auf nem neuen Level. Das ist gleich mit auf nem neuen Level. Junge! Geist MG. Macht Picke. Er trifft doch nix. Digga, er trifft doch nix. Kannst du timespringen? Ne. So viel range habe ich nicht. Doch, hätte ich. Beim Springen aber nur. Er springt. Was? Oh Mann, so viel setzen zu Leute, ey. Kommt der nächste mit dem Bow. Kommst denn da rein? Ey, der trifft gar nix. Oh mein Gott. Du hast mit Tackford drauf nerf, oder? Ja. Traurig ist es, der aber nix trifft. Wenn Bow davon nicht irgendwie kaputt gehen mag. Wollt dir mal schauen. Muss aber mal geben es. Die Sperr muss gerade mit Passport voll. Weitstück. Alter, so was geht man. Ja, das ist... Ja, ich muss das starten. Alter! Ich spiel ganz ne Beine hier. Junge. Was ne Scheiße? Da kommt man für mich jetzt im Safewalk. Hä, der ist langsam mal als wäre die Jeter Bridge. Wie, hä? Nein! Aber der ist glaub ich der Scheiß, der aber hat einen schnelleren Fastball. Ho, ho, ich bin da schwer. Ja, die gehen du mal auf, ich versuche es nicht zu geben. Er steckt dich hoch! Ich glaub du mal wer ist, ich versuche ihr Wett zu holen. Zurich bist du da? Ja, ich muss immer noch erst starten. Ah, das fällt mir da her. Das fällt mir da her. Digga! Als wenn ich 2x12 spiele und alle im Bogen hätten. Ich bin runter. Hier ist auch. Hier ist auch. Ich bin runter. Ich bin runter. Ich bin runter. Jürgen, wir müssen schnell töten, dass er keine Goldsapen kann. Geh schnell mit. Ja, ich hab ein Herz. Alter, wenn er Goldsapen will, wir sind zu am Arsch. Zeht doch einfach kurz auf, was ist mit euch? Ja, pfff. Geh mal kurz an. Äh... Aber... Ich kann dir nachher die Aufnahme schicken, Alter. Ja, nice, Alter. Er hat noch nichts. Und ich verliere! Die waren Premium! Alles klar? Alles klar, die waren... Die haben Premium, Junge! Das machen die Aufnahme! Digga! Lass dich hoch, Alter! Alter! Ja, der eine hat hier in der Sekunde ungefähr 7 Pfeile oder so geschossen. Der andere hat den nächsten guten. Der hat nur 3 Pfeile in der Sekunde geschossen.